Dieser verrückte Kerl hat sein ganzes Geld in eine ausgebeutete Mine gesteckt. Er hat nicht mal einen Krümel von einem Diamanten gefunden. Aber das ist unmöglich. Doch, und es kommt noch viel schlimmer. Herr Crew hat im Urlaub Gelbfüber bekommen und ist daran gestorben. Ich muss dir etwas Trauriges über deinen Vater mitteilen. Er ist gestorben, mein Kind. Was? Was sagen Sie da? Hört auf damit! Beruhigt euch gefälligst! Mein Vater, ich kann das nicht glauben. Oh, ich hätte gedacht, du hast in deinem Bett geweint. Aber es sieht gar nicht danach aus. Aha. Ich gehe davon aus, Fräulein Mienchen hat dir schon davon berichtet, in welcher unglücklichen Situation du dich befindest. Mhm. Es tut mir leid. Ich habe deinem Vater vor seinem Tod eine beträchtliche Menge Geld geliehen. Deswegen bin ich mit Fräulein Mienchen übereingekommen, das mit deinem gesamten Besitz übereignet wird, Sarah. Bestätigen Sie ihr das, Fräulein Mienchen. Oh, äh, bitte. Mhm. Tö, sehen Sie sich das nur an. Wer kommt schon auf diese blödsinnige Idee, seinem Kind die teuersten Bücher zu kaufen? Daran erkennen Sie, dass er größenwahnsinnig gewesen sein muss. Der Schaukelstuhl. Hm. Oder dieser übertrieben teure Schreibtisch. Die Stühle. Der Tisch. Und auch dieses Sofa. Ah, hören Sie, Herr Barrow. Dieses Bild ist Eigentum der Internatsammlung. Äh, was, wie, äh, ich nehme an, dieses Bild muss ein sehr wertvolles Bild sein. Er stammt sicherlich von einem weltberühmten Künstler, nicht wahr? Äh, 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 keine Angst. Was glauben Sie denn? Ich würde mich niemals an Ihren Bildern vergreifen. Sarah. Sarah. Den hätte ich fast vergessen. Dieses Tier gehört natürlich auch zu Ihrem Eigentum. Aber Herr Barrow, Panapap ist mein Papagei, der mir mein Vater aus dem indischen Urwald mitgebracht hat. Man kann nicht gerade behaupten, dass der Vogel intelligent ist. Und ich schätze, er wird auch nicht so viel Geld einbringen. Was haben Sie denn jetzt vor mit Panapa? Äh, äh, Sarah, Sarah. Gut, Fräuleinmädchen. Ich werde morgen einen Mann her schicken, der die Sachen abholt. Und ich darf darum bitten, dass Sie nichts von alledem bis dahin anrühren. Äh, aber Herr Barrow, bitte warten Sie. Beinahe hätte ich was ganz Wichtiges vergessen. Die Vorhänge und der Teppich werden natürlich auch abgeholt. Herr Barrow, bitte warten Sie eine Sekunde. Wir haben alles geklärt, Sarah, und du darfst eines nicht vergessen. Dein Vater hatte viele Schulden bei mir. Und von heute an werden dir all diese Sachen nicht mehr gehören. So, das wäre erledigt, Fräuleinmädchen. Können wir jetzt gehen? Sarah. Sarah. Was hast du gesagt? Sarahs Vater ist ganz plötzlich gestorben? Ja, das arme Fräulein. Und dann hat Fräuleinmädchen noch gesagt, dass Sarah die Schule verlassen muss. Ich finde, das darf sie nicht machen. Das ist doch furchtbar für Fräulein Sarah. Was sollte nur aus ihr werden? Sie tut mir so schrecklich leid. Armes Fräulein Sarah. Nun, das Mädchen muss natürlich das Internat verlassen. Aber selbstverständlich. Oder sehen Sie eine andere Möglichkeit, Mr. Barrow? Oh, ich glaube schon. Soweit ich weiß, hat das Kind weder Verwandte noch Bekannte. Das heißt, dass sie die einzigste Verantwortliche für sie sind. Ha, das ist ja unerhört. Ich habe den Eindruck, sie denken nur an ihr Geld. Aber die ganze Last soll ich mir alleine aufhalzen. Ich bin der Meinung, es wäre sehr unklug, dieses Fräulein von der Schule zu verweisen. Sie halten es für unklug? Glauben Sie mir, wenn die Leute darüber reden, dass sie ein armes, kleines, verwaistes Mädchen von der Schule geschmissen haben, wird ihr Internat den guten Ruf schneller verlieren, als ihnen lieb ist. Ah, aber was soll ich denn? Ich gebe Ihnen einen Rat. Wenn Sie so wollen, einen freundschaftlichen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Behalten Sie Sarah Gefälligstier. Sie ist intelligent und wird Ihnen später noch von Nutzen sein. Was fällt Ihnen ein, so mit mir zu reden? Um ein Haar hätte ich es fast vergessen. Ich wollte Ihnen noch etwas sehr Wichtiges sagen. Ich finde nämlich, dass Sie eine sehr gerissene Person sind. Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte mich glatt mit Ihnen. Leben Sie wohl. Was bürdet der sich eigentlich ein, wer ich bin? Diese kleine Göhre. Schwester, ich hätte niemals gedacht, dass Mr. Barrow so herzlos ist und die gesamten Sachen von der kleinen Sarah mitnimmt. Amelia, wenn wir schlau gewesen wären, dann hätten wir die Sachen in unseren Besitz gebracht. Wie? Ich wollte damit sagen, dass das wahrscheinlich unseren Verlust erheblich verringert hätte. Schwester, wolltest du etwa auch Fräulein Sarah sagen? Hör endlich damit auf, sie Fräulein zu nennen. Ganz wie du möchtest, liebe Schwester. Amelia, dort hinten in dem Schrank befinden sich noch all die Kleider. Suche mir ein zerlummtes und abgetragene Schuhe heraus. Wie? Hast du mich verstanden? James? Oh, ich komme ja schon, Frau Direktorin. Sie haben nach mir gerufen, was kann ich für Sie tun? Mitkommen! Ich habe dir noch etwas zu sagen, Sarah. Was denn, Fräulein Mienchen? Komm ins Rektorzimmer. Ja, ich komme, Fräulein Mienchen. Sei mir nicht böse, Emily, aber uns bleibt nichts anderes übrig, als von hier wegzugehen. Wir besitzen nichts mehr. Nicht mal mehr der Stuhl, auf dem du so gerne gesessen hast, gehört uns noch. Der Schreibtisch und selbst Panapa wollen sie mir wegnehmen. Oh, Panapa, du wirst mir so viel. Herein! Treten Sie näher, Sarah! Hm? Was soll denn das? Kannst du mir vielleicht mal verraten, warum du mit der Puppe hergekommen bist? Bitte, Fräulein Mienchen, bitte, bitte nehmen Sie mir Emily nicht weg. Ich möchte sie so gerne mit mir nehmen. Hm, wohin möchtest du sie gerne mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber sie haben ja gesagt, dass ich das Internat verlassen muss. Du weißt nichts von der Welt. Glaubst du denn im Ernst ein so kleines Mädchen wie du könnte Mutter sehen, allein in Plemo City leben? Ich habe mich dazu entschlossen, dich weiterhin im Internat zu behalten. Ah! Überrascht dich das denn so? Sie wollen mich wirklich nicht wegschicken, Fräulein Mienchen? Ich weiß doch, dass du ein kleines Mädchen bist, was plötzlich ganz allein auf der Welt ist. Ich tue das nicht aus Barmherzigkeit und die Welt würde dir auch nicht mehr zu Füßen liegen. Danke. Vielen Dank, Fräulein Mienchen. Noch etwas. Es versteht sich von selbst, dass du von nun an für das Internat arbeiten musst. Das werde ich tun, Fräulein Mienchen. Wenn ich hierbleiben darf, werde ich alles das tun, was sie von mir verlangen. Brav, brav. Ja, ich könnte Lottie und den anderen Kindern zum Beispiel Nachhilfe in Französisch geben. Das würde ihnen... Halt sofort den Mund! Das hast du dir so gedacht. Du wirst ab sofort in der Küche arbeiten. Und zwar gleich ab morgen früh. Zusammen mit Becky. Wenn ich mich nicht irre, sagtest du gerade, du würdest alles für mich tun. Du solltest mir dankbar sein, Sarah. Ich danke ihm vielmals, Fräulein Mienchen. Hm, na also gut. Und jetzt runter mit den Sachen, die du anhast. Zum Arbeiten sind diese Sachen besser. Mama Sarah! Ich habe beschlossen, dass Sarah weiterhin in unserem Internat bleiben darf. Hm. Aber sie wird in der Küche als Hilfskraft arbeiten. Der Umgang mit ihr wird euch untersagt. So, und du gehst jetzt wieder auf dein Zimmer. Aha. Ach, Fräulein Sarah. Sie dürfen das Zimmer leider nicht mehr betreten. Das ist eine Anordnung von Fräulein Mienchen. Ihr neues Zimmer befindet sich oben auf dem Dachboden. Genau neben dem von Becky. Sie müssen also noch eine Etage weiter höher. Danke, ich weiß schon Bescheid, Fräulein Amelie. Nun, seid ihr immer noch stolz, eine Freundin von Sarah zu sein? Wieso denn? Sarah ist die ganze Zeit nie eine richtige Freundin von mir gewesen. Ja, das stimmt, Flavinia. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020